Manchmal auf Wellen und Festen tritt in den Saal ein freundlicher Mann an Geist und Kultur von den Besten und macht sich an die Frauen heran. Doch schon nach wenigen Minuten ist alles zersprungen wie Glas. Von Geist keine Spur, nichts mehr von Kultur. Nur, nur das. Berühmtheit ist ja kein Einwand gegen Männer, die in den Filmen stehen. Ich lüpfte neulich die Leinwand. Ich wollte mal einen näher sehen. Ach, war das eine Enttäuschung. Ich bekam einen kältenden Hass. Von Herz keine Spur, eine Karikatur. Und nur, nur das. Ich nahm den Tee und den Kuchen in Berlin und Frohnau und mal hier und mal dort. Nun dachte ich, willst mal versuchen eine Freundschaft mit einem Herrn vom Sport. Der bricht das eigene Training. Auf wen ist denn heute noch Verlass? Von Hirn keine Spur, eine hübsche Figur. Aber sonst nur das. Wie kann man Frauen so verkennen? Mein Gott, sie sind ja gar nicht so. Gewisses will jeder entbrennen. Aber doch nicht stets und irgendwo. Auf Hafen kann jeder Mann klimpern. Es fragt sich nur, wer spielt und was. Und spielt er dann nur nach unserer Natur? Dann gern auch das. Und spielt er dann nur nach unserer Natur? Dann gern auch das.